willkommen zum neuen part bis zum rest vom letzten part ist haben wir uns diese eiche angekauft und jetzt werden wir diesen Apfelfisch angeln jetzt werden wir den Angelfisch angeln also seid gespannt wie das machen wir jetzt einfach nur bescheuert einfach den Fischsoße angeln mit einer besseren Angeln muss man den Fisch angeln also das ist echt ein Kritikpunkt warum muss man unbedingt mit der besseren qualitätischen angel kaufen ein angel fangen und noch kaufen dann noch und noch angeln muss auch noch dann wo sie auch noch dann und wenn es jetzt nicht klappt dann dann breche ich das spiel ab und ich werde das jetzt nicht mehr anfassen das könnt euch jetzt überlegen ihr wichser ja früher dann wäre ich jetzt nicht weiter mehr machen ich schwöre ich hab's gemacht mach es schneller hier mein gott nie